Schimmernde Streifen, Feuchtespuren im Nylon Von dem Job für eine bekannte Strumpfhosenmarke hängt für das junge Model Melissa viel ab. Sie erhofft sich ein Vorankommen in ihrem Beruf, doch bei diesem Auftrag macht ihr die Blase einen Strich durch die Rechnung. Tropfnass steht sie in urinfeuchten Nylons da, was für den Beleuchter des Fotosets einer Traumerfüllung gleichkommt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de